Verwandten, gute Reise, mein Freund! Bevor wir jetzt so richtig starten, muss ich natürlich, weil ich ein ordnungsbewusster Versammlungsanmelder bin, die Behindertenauklagen vorlesen. Es ist verboten, Kleidungsstücke mit Aufschriften so zu tragen, dass durch Verdeckel der einzelnen Buchstaben oder Zeilen die Buchstaben oder Zeilen folgen NS, NSD, 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 AP, SSSA, ey! Kopf ab, Bastards, 1488, 88 Uhr, die Abkürzung der Kinderabgangshalle, weiterverbotene Partei in der Gruppierung, sichtbar werde! Der Marktplatz gehört uns, die Arbeiter, Verräder der SPD, diese Partei, die sich auf einstellige Prozentwerte zubewegt, hat ihre Veranstaltung abgesagt und die Linksmaten, die feiern ein Fest im Tierpark von Köln. Ja, da gehören sie hin, aber die armen Tiere tun ihnen leid, liebe Freunde! Ich grüße Vertreter der AfD, Vertreter von verschiedenen Bürgerinitiativen, die Kida Niederlande ist da, die Berserker sind da und ihr zeigt das Motto, unter was wir zukünftig kämpfen müssen, gemeinsam statt einsam, gemeinsam gegen den Feind, der unser Volk, unsere Kultur und unsere Identität vernichtet, liebe Freunde! See ya! Bis zum nächsten Mal.